So, da bin ich wieder, Akku war alle. So, dann, jetzt weiß ich nicht, was ich hier mitgekriegt habe noch. Es sind 17 Stempel da drin und diese Stempel werden übereinander gesetzt. Und für jeden Stempel nimmt ihr eine andere Farbe und dann bekommt ihr einen bunten Kranz. Also es ist total genial gemacht, das übereinander zu setzen. Und dazu gehört nämlich diese tolle Stanze, dass ihr den Kranz dann auch ausstanzen könnt. Und dann könnt ihr 3D-mäßig den auf euer Projekt setzen. Also das ist auch im Moment drin. Also wenn euch das interessiert, könnt ihr jetzt sogar schon reingehen. Dann sind noch von diesen ganz tollen Vasen zwei Stück drin. Und zwar ist diese Vase, kann man ganz toll mit so leicht bläulichen Farbstift, also am besten mit Alkoholmarkern, das geht aber auch mit Aquarellmarkern, so rüberziehen. Dann sieht man das so wie hier. Und dann sieht das aus, als ob die Vase tatsächlich wirklich richtig Wasser drin hat. Und dann sind ja zu diesen ganzen Stempeln, das ist ein Wahnsinns-Set, zu diesen ganzen Stempeln sind auch die ganzen Stanzen dabei. Und dann könnt ihr so ein ganzes Blumenbouquet so übereinander setzen. Ich werde das jetzt auch demnächst mal machen. Also die ist noch drinne. Und das gleiche, auch mit einer anderen Form von Vase, ist auch noch drin. Und hier sind sogar noch zwei verschiedene Vasen, ein Vasenstempel. Und dann ist da aber auch nochmal eine extra Stanze noch für eine andere Vase, die ihr dann nochmal anders gestalten könnt drinne. Also das sind wirklich tolle Sets. Ich hätte mir das ja aus Versehen zweimal bestellt. Deswegen ist das in der Gruppe drin. Ich habe auch alles, was weg ist, aus dem Album in der Gruppe gelöscht. Das heißt, wenn ihr jetzt reingeht in die Gruppe und schaut, dann ist das, was ihr da jetzt alles seht, ist noch alles da. Da sind auch noch andere Stempelsets drinne. Auch da mal gucken. So, dann habe ich das ja auch noch eingestellt. Und das hatte ich mir ja erst bestellt. Aber ja, ich habe hier ein bisschen Platz im Angel. Deswegen ist das jetzt auch mit in die Gruppe gegangen. Da könnt ihr ganz, ganz toll, und zwar ganz, ganz toll so stempeln. Und dann so Eis und Burger fertig machen. Und dann ist da noch drinne, wo ist sie denn? Auch noch die, stand sie, ich wollte gerade sagen, Burger. Ich bin gerade ein bisschen irritiert. Nein, ich weiß nicht, wie diese Kekse heißen. Irgendwas mit Macca, irgendwie so einen ganz komischen Namen. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, die sind ja nicht so ganz günstig. Ich habe mir die gekauft bei Lidl aus der Kühltheke. Und habe gedacht, oh, jetzt haben wir was ganz Besonderes zum Kaffee. Und, oh, irgendwie haben die überhaupt nicht geschmeckt. Würde mich mal interessieren. Mögt ihr die? Oder waren die vielleicht schon ein bisschen zu lange da? Ich meine, die waren noch haltbar, ne? Aber irgendwie, die waren, ja, die schmeckten irgendwie so einfach nur süß, sonst nach gar nichts. Und eigentlich sollen das ja so ganz besondere Kekse sein, ne? So muss ich das machen, ja. Bonjour, enjoy. Das kann ich wieder nicht lesen. Oh, ich kriege wieder einen Kaffee. Dankeschön. Was ist denn da noch? Das kann ich auch nicht lesen. Have a sweet birthday. Das ist ja schon mal wieder schön. Das kann man gut gebrauchen. Oh lala. Oh lala. Das finde ich auch total gut. Ja, jedenfalls ist der auch drin. Auch mit diesen Stanzen, die ja dabei sind. Hier sind ja die Stanzen noch dabei. Genau. Da könnt ihr dann auch schauen. Ich habe es ja auch getan. Ich habe wieder bestellt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, habe ich mich nicht geärgert. Zwei Tage hinter den anderen hatten sie was ganz Neues. Ist ja nicht so, dass ich nichts habe von Craftless. Ich glaube, ich habe so ziemlich alles aufgekauft. Nein. Aber die hatten wieder was Neues. Und das fand ich so toll. Und dann habe ich noch so überlegt, ach, warte mal noch einen Anblick ab. Ja, Wumms, war es weg. Denn das nächste Set mit 3D-Prägefuldern mit noch Stanzschablonen dazu. Da habe ich auch gesagt, so das war ja jetzt gerade auch auf Sendung. Wir haben Besuch gekriegt gestern. Da habe ich gesagt, weißt du was, ich bestelle das denn, wenn der Besuch weg ist. Dann war der Besuch weg. Ja, und das Set war auch weg. Oh Mann, da habe ich mich geärgert. Aber das hätte ich doch auch gerne nochmal gehabt. So, dann ist dann dieses tolle Set drin. Und das ist, die sind ja, ist ja richtig groß. Mit dem ganzen Stempel. Wenn ich mal mein Lineal raushalte. Hier 20 cm mal 15 cm ist die Stempelplatte. Und da sind Stempel drin, wo ihr wahnsinnig toll Hintergründe machen könnt. Wahnsinnig toll. Das ist auch ein komischer Ausdruck. Nein, ihr könnt damit ganz toll Hintergründe machen. Wir machen das mal so. Und also mit diesen Sachen könnt ihr ganz, ganz toll Hintergründe machen. Ich habe auch das im Video mal gezeigt, wie man Hintergründe gerade mit sowas toll machen kann. So, das ist drin. Dann ist natürlich dieser wahnsinnig tolle Schmetterlingsstempel noch drin. Ich glaube, den habt ihr übersehen. Anders kann ich mir das gar nicht vorstellen. Weil der ist richtig, richtig schön. Ich will ihn jetzt nicht aufmachen. Der hat eine Größe. Ich mache ihn doch auf. Ich zeige euch das nochmal. Ich muss ihn mal so vorsichtig aufmachen. So. Genau. Der hat eine Größe. Da können wir mal gucken. Den Durchmesser von diesem Schmetterlingskranz ist 11 cm mal 12 cm. Okay. Und dann habt ihr noch ein extra Schmetterling. Und ihr könnt diese Schmetterlinge zum Beispiel alle ganz toll abstempeln. Dann stempelt ihr sie nochmal ab auf Wellumpapier. Das könnt ihr machen mit einem wasserfesten Stempelkissen. Und dann koloriert ihr das. Und dann setzt ihr die nochmal an Wellumpapier. Und dann setzt ihr die nochmal an Wellumpapier oben drauf. Zum Beispiel. Oder ihr stempelt sie einfarbig ab. Also sagen wir mal jetzt schwarz-weiß. Stempelt sie nochmal schwarz-weiß. Koloriert sie dann mit Aquamaken. Schneidet sie dann aus. Und packt sie auch noch überall drauf. Das gibt mit Sicherheit einen Wahnsinns-Effekt. Also ich habe sie hier auch. Das werde ich auch euch nochmal zeigen. Also die ist auch drin. If nothing ever changed, there won't be no butterflies. Best witches. Ja. Genau. Mein Englisch. Aber wir wissen ja wenigstens so ungefähr, was da drauf steht. Ihr könnt bestimmt alle besser Englisch als ich. Ich bin ja noch die Generation, die Englisch in der Schule also nicht gerade so doll hatte. Und ja nie Englisch gesprochen habe. Und jetzt fange ich an. Wirklich auch mal so ein bisschen Englisch zu lernen. Ich kann sehr gut Englisch mittlerweile lesen und auch verstehen. Aber mit meiner Aussprache ist es einfach grauenvoll. Das tut mir meinen Ohren selber weh. Deswegen kann ich euch verstehen. So, dann ist ja noch diese Stanze Hipp Hipp Ray da drin. Und da ist ganz toll auch dieses Sektglas drin. Dann ist da der Schriftzug drin. Und dann ist auch diese Hintergrund Stanze drin. Also das ist auch eine schöne Sache. So. Und was ich gar nicht verstanden habe, ist, dass dieser Stempel noch drin ist. Das ist ein Einhorn Stempel. Ich mache den auch noch mal auf hier. Ich glaube, ich hatte ihn euch aber schon gezeigt. Wo habe ich mein Messer her? Und das ist dieser tolle Einhorn Stempel. Ich glaube, den habt ihr übersehen. Der ist noch in der Gruppe drin. Und den kann man ganz, ganz toll kolorieren. Wenn man den so mit beigen Farben, beige, zartes Gelb, vielleicht noch so ein Linngrün. Also in diesen Tönen. Und dann noch so ein Flieder dazu. Das sieht absolut irre aus. Ich habe den schon abgestempelt gesehen. Das ist wirklich ein Hammerstempel. Und der ist auch gar nicht so klein. Und zwar hat der, muss ich mal das Horn mitnehmen hier, 12 Zentimeter mal 9 Zentimeter. Und dann kommt ja noch dazu, dass auch die Stanze dabei ist. Ja, ich kriege sie jetzt nicht raus, weil da ist so ein Klebeband drin. Und ich will das jetzt nicht hier kaputt reißen. Diese ganze Stanze ist noch da drin, um das Einhorn auszustanzen. Also ich gehe mal davon aus, dass da untergegangen ist bei euch. Anders kann ich mir das gar nicht vorstellen. Das ist wirklich ein toller, toller, toller Stempel, tolle Stanze. So, was denn auch noch drin ist, sind die beiden Blumenstanzen. Und da habe ich ja mit diesen Stanzen habe ich ja das Video gemacht. Wenn ihr mal gucken wollt, wie die gehen. Mit dieser Explosionsbox. Die hatte ich ja gemacht. Und da habe ich ja diese Pflanzen gemacht. Ich habe jetzt noch das Gras da mit drauf gemacht. Aber das könnt ihr auch, da schneidet ihr einfach das grüne Blatt in Streifen. Am besten macht ihr erst mal oben so eine Welle. Und dann schneidet ihr Streifen rein. Dann habt ihr auch so ein Gras. Und das finde ich ja richtig cool. Und das ist ganz einfach zu machen damit. Das habe ich in dem Video, guckt euch das Video mit dieser Box an, da habe ich das gemacht. Da zeige ich euch, wie das mit diesen Stanzen geht. Und eine Abonnentin hat mir auch noch gesagt, es gibt ja diese für Quilling. Und zwar gibt das diese, das sind so eine Metall, ja wie nennt man das denn, Metallstäbe, sage ich jetzt mal. Die haben hier oben so eine Einkerbung. Und da kann man, wenn man das, wenn man das ausgestanzt hat, kann man das da raufstecken und dann kann man das so einrollen. Also wenn ihr sowas habt von Quilling, dann könnt ihr auch das dafür benutzen. Oder ihr macht das so, wie ich das gezeigt habe. Ich habe das extra ohne so ein Ding gezeigt, damit, weil ja nicht jeder sowas hat. Also das ist ganz einfach. Es wird ja ausgestanzt, dann wird das zusammengeklappt, dann wird das eingerollt. Und dann habt ihr hier so eine tolle Blume. So, die beiden Sachen. Das ist, was ich euch jetzt gezeigt habe, ist bis auf die Sachen, die nicht abgeholt, wollte ich gerade sagen, wo sich die nicht mehr gemeldet haben. Das muss ich erst wieder einstellen. Aber alles andere ist schon drin. Also wenn euch da was gefällt, dann geht schon mal rein. Und jetzt kommen die Sachen, die reinkommen, eine Stunde später, nachdem ich das Video habe. Und da habe ich ja wieder mir ein Set bestellt, wo ich denn wieder Sachen doppelt habe. Und zwar die süße Katze hier mit, hier ist das nochmal besser zu sehen, mit dem Babykätzchen und mit der Wolle. Das fand ich auch total süß. Das geht rein. Dann geht dieser Hammer Schmetterling rein. Der ist so klasse abgestempelt. Hier seht ihr das mal, wie toll man den kolorieren kann. Und so ein Schmetterling ist ganz leicht auch auszuschneiden. Also richtig, richtig toll. Dann geht auch die tolle Meerjungfrau rein. Ich muss mal gucken, ob ich das richtige Licht an habe. So, die tolle Meerjungfrau geht auch rein. Da seht ihr das hier mal. Das ist einmal ein Silhouettenstempel und dann eben halt die junge Meerjungfrau nochmal so richtig. Die ist ganz, ganz toll gearbeitet mit Blubberblasen. Also das geht auch rein. Dann geht rein und zwar das süße Häschen. Das ist auch dann nochmal doppelt gekommen. Ja, das ist auch immer, weil ich ja auch immer die Misery-Bags mitnehme. Dadurch habe ich das ja immer alles doppelt. Immer alles doppelt gemobbelt bei mir hier. So. Der ist so herzlich. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Thank you, somebody love you. Just to see. Und dann ist sie auch nochmal krass. Das ist natürlich auch schön. Kann man auch gut für andere Sachen gebrauchen. Und auch diese Blume kann man ganz toll einzeln auch in Szene setzen. Ich hoffe, ihr könnt das richtig gut sehen. Also der ist auch drin. Oder geht rein vielmehr. So, jetzt kriege ich ihn ja nicht wieder rein oder was? Ach so, der hat eine Größe. Jetzt habe ich das. Warte mal, dann hole ich ihn nochmal raus. Dass der nochmal sieht, wie groß der ist. Ich ziehe nochmal aus. Der hat eine Größe von, wenn man das mal so ein bisschen so macht. Ja, so acht Zentimeter, vier mal Daumen, mal zehn Zentimeter. Also passt gut auf eine CSX-Karte. So, kriege ich jetzt wieder rein oder nicht? Genau, da kommt er auch dahin. Dann dieser Stempel. Da sind elf Stempel drin. Und der sieht so unscheinbar aus. Ich habe gesehen, was die da mitgemacht haben. Das ist so Hammer. Ja, also das werde ich auch anstellen. Das ist ein wirklich richtig toller Stempel. Und da sind dann auch so kleine Stempel bei. Dann sind da auch noch Sprüche bei. Und elf sind das insgesamt. Und auch der ist nicht so klein. Dann kommt auch dieser Stempel rein. Den hatte ich mir ja auch erst geholt. Und das ist jetzt auch doppelt gekommen. Mit den ganzen Ballons. Also die Ballons. Der, der, der und der. Sind ein Stempel. Und dann sind nochmal Stempel extra. Insgesamt sind das 30 Stempel. Äh, 13 Stempel. Und ihr seht ihr auch. Das ist auch nicht so ein kleines Ding. So. Und dann die tollen Kaffeetassen. Die gehen auch rein. So, hier könnt ihr mal gucken. Und das ist wieder dieses gleiche tolle Prinzip. Erst das Stempeln. Dann das Stempeln. Dann das, das und das Stempeln. Und dann habt ihr wirklich so einen tollen Effekt. Da könnt ihr so richtig mitspielen. Und hier sind zum Beispiel nur diese drei Farben verwendet worden. Und das sieht so toll aus. Man kriegt das ja sonst gar nicht so hin. Und bei hier ist es auch so, dass man dann auch gar nicht kolorieren muss. Sondern einfach nur übereinander stempeln muss. Und die Tassen sind auch gar nicht so klein. Also wenn ich jetzt das mal so nehme. Dann sind das ja so neun, fast neun Zentimeter. Mal, ja, acht Zentimeter. Also passt auch richtig schön auf eine C6 Karte. So. Das war's, was in die Gruppe geht. Und jetzt kommen die Sachen, die ich mir, die für mich gekommen sind. So, die hole ich mal. So, pass ich hier an der Seite. Bleibt hier liegen. Also ich habe mir nochmal solche Sticks mitgenommen. Oder Tools, Pocky-Tools steht da drauf. Die sind total klasse, um die Klebebänder abzumachen. So, dann habe ich mir einmal diese Stempel mitgenommen. Da muss ich jetzt nochmal gucken. Die sehen jetzt so unscheinbar aus. Ich muss mal gucken, wie die denn abgestempelt aussehen. Das sind jetzt mal ganz merkwürdig so richtig nur so weiß. Also Schere und sowas zum Nähen. Das fand ich also ganz toll. Und hier habe ich nochmal was vor mit. Da will ich mal gucken. Ich habe ja diese... Oh, guck mal. Ich habe jetzt eine 3D-Box. Also eine Exklusionsbox. Ich habe heute so viel gesappelt. Deswegen bin ich ein bisschen durch den Wind, würde ich das mal bezeichnen. so, die können da erstmal wieder rein. Und auch das Schild. Er vintage sehr schön. So, dann habe ich diesen Stempel bekommen. Und ja, das ist da auch, wo der Bunny drin ist in dem Set. Und den Bunny hatte ich ja schon, aber die anderen Stempel hatte ich noch nicht. So, und das ist auch... Oh, ist das so süß mit dem Hund. In dem Korb. Der sieht so ein bisschen aus wie unsere Lotter. Und dann... Was steht da noch? Äh... Puppi-Love. Ne, Puppi-Love. Nicht immer das A-O-W-U aussprechen, sondern A-W-A-W-A aussprechen. Ich muss so lachen. Du weißt, wer nicht meint, ne? Hier ist eine ganz, 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 ganz liebe Abonnentin. Mit der ich auch immer mal so ein bisschen schreibe. Und die hat mir dann gesagt, dass es immer so niedlich ist, wie ich Good Look ausspreche. Weil das heißt nämlich Good Luck. Ja, im Englischen wird das U-A ausgesprochen. Ja, das weiß ich jetzt auch. Aber ihr wisst ja, mein Englisch ist grausam. Das sage ich ja auch immer. Ich habe ja auch keine Probleme mit. Ich musste so lachen. Ja, genau. Also es heißt Puppi-Love. Und Friends Forever. Also das fand ich ja... Friends Forever finde ich total schön mit dem Hund. Ja, kleine Anekdote nebenbei. Genau, selbst das kann ich nicht richtig aussprechen heute. So, das ist auch dabei gewesen. Ja, ihr kriegt mich ja immer so, wie ich bin, ne? So, dann gab es da auch diese Kaffeetassen mit der... Oder Teetassen, vielmehr. Genau. Tee ist das. My cup of tea. You won. There's always time for tea. Ja, und das fand ich auch total schön. Also ich finde ja auch, wie die Beispiele schon gemacht sind, ne? Dass das so schön koloriert ist. Das finde ich schon toll. Und ich wisst, ihr wisst ja, dass ich mir immer hier die Kante abschneide und das dann so aufbewahre. So, den fand ich mega. Den musste ich unbedingt haben. Deswegen habe ich mir das Set bestellt. Den musste ich unbedingt haben. Den fand ich so mega. Wir sitzen ja hier oben in Kiel, im hohen Norden, direkt am Strand. Also wir wohnen da, wo andere Urlaub machen. Und da sind natürlich maritime Sachen immer sehr angesagt. Und dieses Seepferdchen, das hat mir das total angetan. Also ich mache das mal auf. Mal noch mal gucken, wie es aussieht, wie es aufgemacht ist. Bin ja auch neugierig. So, komm mal raus hier. So sieht das aus. Und da werde ich mit Sicherheit wieder einen Bilderrahmen gestalten, wo ich das denn mit einbaue. Also da habe ich auch schon meine Ideen im Kopf. Und zum Sommer hin. Ich will mal gucken, vielleicht haben wir auch wieder Glück, dass der Markt wieder stattfindet. Und dass wir dieses Jahr dann tatsächlich auf dem Markt kommen. Das wäre natürlich super. So, dann haben wir hier Butterflies in... Ne, das lese ich jetzt nicht vor. Doch, da steht noch in Deutsch hier. Schmetterlinge im Flug. Ach, wie schön. Bin nochmal drum herum gekommen. Das mache ich auch mal auf hier, wenn ich es dann will. Oh, die sind gar nicht so klein. Es ist immer so, auf der Verpackung sieht das immer so eigentlich so nach nichts aus. Und wenn man das jetzt mal so aufmacht, sieht das richtig toll aus. Und diese Schmetterlinge werde ich mit... Oh, ich kann das nicht. Oh, Schatzi, mit mir ist heute hier echt ganz schlimm. Geht mit mir meine Sprache durch hier. Was, meinst du? Dann machen wir jetzt eine Sprach-Exkursion. Die kleine klappende Klaplan kriegt kleine peppige Petposte oder die klappende Kapellwand. Ops, okay. Das soll ich aber nicht wiederholen jetzt, ne? Ich glaube, denn schalten hier alle ab, wenn ich versuche, das zu wiederholen. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt eben. Aber das war schon erstaunlich gut. So, jedenfalls nochmal zurück. Und zwar ein Stempelkissen auf Alkoholbasis. Man kann sich auch irgendwie retten. Und damit werde ich das abstempeln. Und dann werde ich das mit Aquarellfarben kolorieren. Weil, wenn ihr da mal so genau hinguckt, dann ist das so ein bisschen auch schon wie mit Aquarellfarben gemacht. Also die ganzen Umrisse sind nicht scharf, sondern so leicht verschwommen, würde ich mal sagen. Und das gefällt mir total gut an diesen Stempeln. Und da, wie gesagt, werde ich dann mit Aquarellfarben arbeiten. So, dann habe ich noch diesen Stempel mitgenommen, weil ich den so niedlich fand, ja auch mit den Hasen. Also den Hasen kann man ja jetzt auch schon benutzen. Und das Vogelhäuschen auch, den Vogel auch. Ja, und das Reh eigentlich auch. Also es ist nicht zwingend unbedingt jetzt ein Weihnachtsstempel. So, diese ganze Serie fand ich total klasse. Und da habe ich mir alles so einzeln nach und nach bestellt, weil es das nicht als Bundle gab. Und mir fehlte noch dieser Stempel und den habe ich dann auch noch mitgenommen. Und just because, hello, whom is where, you are honey, you are so sweet, sweet as honey, kind, and you're the beast, kniss. Nein, wie auch immer es heißt. Jedenfalls sind da viele schöne Sprüche drauf. Und da ist auch noch diese schöne Honigbiene drauf. Und deswegen habe ich gedacht, nehme ich den auch nochmal mit. So, dann sind jetzt noch drei Stempel von dem Bundle übrig geblieben. Die anderen hatte ich mir alle schon mal einzeln geholt. Oder sie waren in einer Mystery Bag drin. Und da ist dieser drin und den finde ich auch mega toll mit dem Flamingo. Und dann wieder Einhorn. Das ist natürlich sowieso klasse. Und hier finde ich das auch toll, dass das Einhorn auch so als Schattenstempel gemacht werden kann. Und hier sind auch nochmal so zwei kleine. Da kann man wieder ganz, ganz toll Hintergründe machen. Also das fand ich auch toll. Und dann war dabei noch dieses schöne Reh und der Herrschkopf. Und wie ihr hier so seht, ganz unscheinbar, ich mache das mal so, die Möwen. Und diese drei Stempel, das sind so Stempel, die kann man ganz viel benutzen. Und oben noch so ein bisschen als Tüpfelchen auf das Projekt geben. Also das ist auch ein toller Stempel. So, das war das. Dann habe ich mir diesen Stempel noch mitgenommen. Und zwar Mauern. Und das fand ich auch total klasse. Da ist auch noch ein Uhrenstempel bei mit so einem Zeiger. Und zwar gibt das von Crafties auch so eine Häuser, die man zusammenbauen kann. Da habe ich zwei Stück von. Und da kann man dann die Wände praktisch mit diesen Stempel benetzen, sodass man dann so eine Steinoptik auch hat. So, jetzt kommt es und das fand ich auch mega toll. Und zwar, hier sind jetzt diese Schablonen drinne, die Stanzen drinne für das Geschenk, für die Boncho und das Eis. So, hier, das ist wieder ein Wandel gewesen. Dann ist, ja, hier sind die Schablonen mit der Blume und dem Weinglas drinne. Und hier sind jetzt die beiden Schablonen drinne. Einmal um diesen Ring zu machen mit dem Schmetterling und einmal um das Herz zu machen. Das ist so cool. Also, man muss die ganz oft ausstanzen und anschließend werden die alle zusammengeklebt, sodass das so einen richtig Stand hat. Hier, auf diesem kann man das eigentlich mal gut erkennen. Und dann gehen hier die Füße und je mehr man das zusammenklebt, umso stabiler wird das. Und in der Mitte wird dann eben halt das Motiv reingehängt. Das finde ich eine ganz coole Idee und derjenige, der das bekommen soll, da kann man das dann so zusammenklappen und dann kann man das in Umschlag packen und auch verschicken. Und das fand ich total cool. So, ihr Lieben, das war nochmal wieder ein Crafters Haul. Ich hoffe, ich habe nicht zu doll genervt mit meinen vielen Versprechen, aber manchmal ist das so. Bei mir ist das an manchen Tagen ist das so und bei manchen Tagen ist das nicht so. Ja, wie gesagt, schaut, wenn ihr Lust habt, in den Flohmarkt rein. Kommt in unsere Facebook-Gruppe. Freuen wir uns, wenn die auch ein bisschen größer wird. Auch ich freue mich auch immer, wenn ihr so Sachen da postet, die ihr gemacht habt. Da komme ich auch nochmal auf tolle Ideen. Und das ist ein schönes Miteinander. So, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Ganz liebe Grüße. Bleibt gesund. Andrea aus der Basteloase. De. Und dann wieder.